Hey, ich bin Carla Klassiker und ich befinde mich in der Klassik Garage Kronberg. Hier wird gerade auf Hochtouren gearbeitet, denn schon in drei Wochen findet die Klassiktour 2018 statt. Mit über 100 spektakulären Fahrzeugen und ein paar davon, die zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit! Ein paar dieser wunderschönen Schmuckstücke werden hier schon mal so richtig herausgeputzt. Und ob die auch schon so klingen? Andi, lass doch mal hören. Schmeiß doch mal den Motor an! Ich kann es kaum erwarten, bei meinem Baby hier mal so richtig aufs Gas zu treten. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auf die Tour. Wir sehen uns!